Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir uns damit beschäftigen, was Bewegung und Geschwindigkeit sind. Wenn du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fährst oder vielleicht irgendwann mal mit einer Rakete fliegst, dann bewegst du dich immer mit einer gewissen Geschwindigkeit. Um besser zu verstehen, was man darunter versteht, wirst du in diesem Video lernen, wie man sich fortbewegen kann und wie Geschwindigkeit und Bewegung zusammenhängen. Außerdem wirst du lernen, was die Geschwindigkeit genau ist und wie man sie messen kann. Und damit kann es auch schon gleich losgehen. Es gibt viele Arten, sich zu bewegen. Die einfachste ist, zu Fuß zu gehen. Sobald wir uns bewegen, machen wir das mit einer gewissen Geschwindigkeit, auch wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.